Ich würde mal interessieren, wie sich Georg und Gustav momentan so fühlen, in der Situation. Ich rede jetzt so mit dem Album, mit der Situation jetzt, auch bei der PK, wo hier so ein bisschen vermeintlich Ort steht, so. So nebendran steht ja, das ist ja gewohnt, ne? Die sind ja hier immer am Quaseln, die ganze Zeit hat man ja keine Chance. Also dann gibt es nur zwei Mikrofone hier leider, da kann ich nichts Dummes dazwischen erzählen.